Jo Leute was geht und willkommen hier zu meinem fünften Daily Vlog und ja Leute in diesem Video wird nichts passieren, denn Leute ich habe heute Geburtstag und ähm ja Heute ist dein Geburtstag, da und drei an dir Du hältst deinen Schnauze Und zwar möchte ich auf jeden Fall heute einen Livestream machen, also wenn ihr dieses Video seht, werdet auf jeden Fall so die nächsten Minuten einen Livestream starten, also bleibt einfach mal am Start Und Leute wie man hier sehen kann, habe ich hier ähm ja Postkarten, die will ich auf jeden Fall heute verschicken, mehr machen wir heute auch nicht Äh da sind halt äh ja Sachen drin ne, also was halt so in der Postkarte gehört ne Und ja Leute das machen wir jetzt und wir gehen einfach los und der Vlog wird vielleicht zwei Minuten lang sein, kann sein dass er irgendwie kurz ist oder so Leute Also verzeiht mir, ich habe halt Geburtstag, also Leute schaut mal Glückwünsche in die Kommentare und äh vielleicht kommen ein paar Glückwünsche auch auf meine Tür Leute Also macht mal Kommentare, äh kommentiert auf jeden Fall das Video und ähm like mal das Video wäre nice und ähm ja Leute lasst mal so Komm, ja komm 30 Likes Leute, 30 Likes wäre ne geile Sache Leute und Leute ich würde sagen let's go So Leute jetzt ist versteckt, also Steino, Marie und ähm Janik, es kommen bald die ähm ja die ähm die Postkarten ne Mega nice Ja ansonsten, was machen wir jetzt, ich gehe nach Hause wieder, das ist fucking dunkel, also nicht so dunkel, aber es wird mal wieder dunkel, es kommt hier erst 16 Uhr oder nicht mal 16 Uhr Doch 16 Uhr bestimmt, aber ja egal ne, wir gehen jetzt bisschen rum, also jetzt schnell nach Hause und dann ansonsten hab ich nichts geplant Ja, ich will halt noch streamen heute, ich weiß nicht, ich wollte es mir verzeihen Leute, ich hab heute eh Geburtstag, so ne, also Die Leute gucken mich dumm an, weil ich so filme, aber ist mein scheißegal, naja Leute, ich würde sagen, äh ich mach'n kleinen Cut, bis wir dann auf jeden Fall dann zu Hause sind, bis gleich So Leute, ich bin wieder jetzt zu Hause und ja Leute, wie gesagt, Leute tut mir leid, dass der Vlog heute ein bisschen anders ist, wie sonst Ja, ansonsten werde ich jetzt das Video schneiden anfangen, ähm, aber davor werde ich irgendwie für euch noch meine, äh meine Sachen sagen, was ich halt bekommen hab Dann sag ich halt zwei Sachen bekommen und zwar sozusagen halt ein bisschen Geld, ne, und äh, dann auf jeden Fall hab ich ne Kuchen bekommen Leute, den Kuchen müsst ihr euch auf jeden Fall anschauen, Leute, ich würde sagen, ja, Musik ab Das war's, das war's, das war's